was geht ab youtube und herzlich willkommen zum heutigen video hier auf meinem kanal heute mit einem 85 plus mal drei verteidiger upgrade ja ihr habt heute die spc rausgebracht eine neue auf jeden fall die gab es noch nicht so in dem schema aber ja gucken wir mal es ist auf jeden fall das komplette totti draußen alle zwölf tottis und sogar ein paar totti erwähnungen gucken wir mal ob wir einen der verteidiger ziehen so ein fand er mit haki wer ist der links verteidiger herrnandes kurz war ja hoffe mal dass einer von der von denen wird das wir auf jeden fall sehr nice ja 385 plus verteidiger die chance ist auf jeden fall da das gerne daumen nach oben da abonniert den kanal und schreibt in die kommentare ob ihr das pack auch gemacht hat und was ihr gezogen habt und ja wir gehen rein ins pack in 321 let's go nee oder einfach 86 dahinter okay das pack war ja mal richtige katastrophe also ich hoffe ihr hattet mehr luck ich wünsche euch auf jeden fall das war's mit meinem pack lassen daumen nach oben da abonniert den kanal wir sind beim nächsten mal wieder bis dahin macht's gut haut rein und ciao